Jetzt also doch. Noch vor einer Woche war Alisha Lehmann Single und ungebunden. Das hat sich in den letzten Tagen und insbesondere über Silvester jedoch verändert. Wie 20 Minuten weiß, gibt es ein Comeback von Lehmann und ihrem Ex-Freund Douglas Luiz. Das Liebeschaos ist also perfekt. Die 24-Jährige postete zum Jahreswechsel mehrere Fotos von einer Silvester-Party. Zu sehen auf diesen. Die Aston Villa-Spielerin in einem weißen Kleid inmitten vieler weißer Ballons. Auch veröffentlichte sie Partyfotos von sich und ihrer Familie. Zusammen mit Freundinnen. Und eben ein Bild mit Brasilien-Star Louis. Der 25-Jährige kommentierte das Bild mit. I love you. Versah den Kommentar mit einem roten Herz. Lehmann legte den Satz. Am Dienstag zeigte sich der Brasilianer dann in einer innigen Umarmung mit der Schweizerin. Lehmann repostete das Foto und versah es zudem mit einer roten Rose und einem Herz. Im November vor einem Jahr hatte das Aston Villa Traumpaar die knapp einjährige Beziehung beendet. Grund für die Trennung war der erste Kalender der Fußballerin. Damals zitierte die Zahn eine anonyme Quelle aus dem Umfeld der beiden. Er war der Meinung, dass sie so etwas nicht tun sollte. Doch auch nach der Trennung verstanden sich die beiden super. Beide legten regelmäßig Beiträge des jeweils anderen und kommentierten sie auch. Sie verbrachten auch sonst immer wieder Zeit miteinander. Das Liebes-Comeback kommt also nicht aus dem Nichts. Auch wenn Lehmann glücklich als Single war und die Schweizerin Ende des letzten Jahres bereits ihren zweiten Kalender veröffentlichte, erneut mit freizügigen Fotos.